Was glaubt ihr, wie lernt man schneller Englisch? Zwei Jahre lang Netflix gucken oder zwei Jahre lang Unterricht? Aber im System, sich so weiterzuentwickeln, dass das System selber für die Schülerinnen und Schüler da ist, dafür, dass sie ihre Leidenschaft entfalten können, ihre Potenziale, dafür ist Schule noch nicht so da. An deutschen Schulen wird nicht gelernt. Ich möchte, dass ihr ganz kurz über diesen Satz nachdenkt. Wenn ihr Schülerinnen und Schüler seid sowieso, wenn ihr Lehrerinnen und Lehrer seid oder Pädagogen auch, aber vielleicht auch in der Art und Weise, die mir zugesteht, dass es möglicherweise nicht nur um die Provokation geht. Ich sage euch gleich, wo dieser Satz steht. Zunächst aber, wie ist es gemeint? Schule hat immer so funktioniert, dass man im Grunde genommen das Wissen vermittelt bekommen hat. Deshalb hießen Lehrer ja oft auch Wissensvermittler. Aber brauchen wir jemanden, der Wissen vermittelt? Liegt das Wissen nicht überall rum? Sind wir nicht überflutet von Informationen und die eigentliche Herausforderung ist, damit umzugehen? Brauchen wir dafür Lehrer? Brauchen wir dafür Schulen? Ich würde sagen, ja, aber auf eine ganz andere Weise. Nämlich, um das Lernen so zu fokussieren, dass man weiß, wie es geht. Nicht einmal Lernen lernen an einem Tag, genauso wie einmal Medienbildung an irgendeinem Tag, sondern jedes Mal in jedem Fach. Und davor muss stehen, warum machen wir das eigentlich? Was ist die Relevanz? Nicht Nützlichkeit. Was ist der Unterschied? Naja, Nützlichkeit würde bedeuten, ja, ich kann jetzt einen Mietvertrag verstehen. Aber ganz ehrlich, wer möchte in die Schule gehen und jede Woche einen neuen Mietvertrag verstehen lernen? Sollte man das anbinden? Ja klar, genauso wie Finanzbildung beispielsweise in die Mathematik und ja, wir haben auch die verschiedenen anderen Bereiche wie Versicherung und auch da kann man es anbinden. Ja klar, aber es geht um Relevanz. Denn zu verstehen, wie die Welt funktioniert, die Gesellschaft funktioniert und an Kultur teilhaben zu können oder eben zu sagen, naja, ich habe es kennengelernt, ich möchte es nicht, hat ja auch eine Relevanz. Sonst gehen wir nur nach Hause und gucken Netflix. Netflix ist übrigens ein gutes Stichwort. Denn was glaubt ihr, wie lernt man schneller Englisch? Zwei Jahre lang Netflix gucken oder zwei Jahre lang Unterricht? Ich würde sagen, Netflix. Woran liegt denn das eigentlich? Naja, man sucht es sich selber aus. Man sucht aus, was man schaut, man sucht aus, wie man es schaut, man sucht aus, wo man es schaut und wie lange man es schaut. Das bedeutet Autonomie. Und die Schulen funktionieren aber leider nicht so. Oder nicht alle. Oder viel zu wenige. Und weil das so ist und weil oftmals das eigentliche Lernen in die Hausaufgabe, wie es so schön heißt, verlagert wird. Also an einen Ort, wo man vielleicht selber gar nicht versteht, was man macht. Wo man die Hilfe von den Eltern braucht, wenn man Eltern hat, die Hilfe geben können. Oder wenn man Eltern hat, die Nachhilfe bezahlen können. Weil das so ist, wie es ist, könnte man sagen, an deutschen Schulen wird nicht gelernt. Es gibt schon Schulen, die das Lernen viel mehr fokussieren. Und das ist super. Aber das wird nicht ausgerollt. Warum? Na, es hat zahlreiche Gründe. Und jetzt kommt es und ihr habt es wahrscheinlich euch schon gedacht, es ist auch ein bisschen Promo. Es ist auch ein bisschen Promo für mein Buch, Warum noch Lernen, in dem dieser Satz steht. Und zwar als allererster. Dort steht aber auch, er ist nicht als Affront gemeint. Denn es gibt natürlich gute Lehrerinnen und Lehrer. Sowieso. Aber im System, sich so weiterzuentwickeln, dass das System selber für die Schülerinnen und Schüler da ist, dafür, dass sie ihre Leidenschaft entfalten können, ihre Potenziale, dafür ist Schule noch nicht so da. Und in unserer heutigen Zeit wird es nicht reichen, zu sagen, naja, aber der Abschluss. Ja, klar ist der Abschluss wichtig. Aber was nützt dann Abschluss, wenn ich neun, zehn oder zwölf Jahre, vielleicht sogar dreizehn, mich ohnmächtig gefühlt habe und das Gefühl hat, nach der Schule will ich nur noch eine Sache machen, nämlich nicht mehr lernen. Man sollte da rausgehen, wissen, wie Lernen geht, Bock haben, weiterzulernen und zu verstehen, wie bedeutsam Lernen sein kann, wie sinnstiftend ist ja das Geilste, was es gibt. Und viele machen das auch schon. Lernen. Außerhalb der Schule. Weil die Dinge, die sie gut können, gar nichts mit dem zu tun haben, was in der Schule gemacht wird. Und das müssen wir ändern. Deshalb habe ich das Buch geschrieben. Es ist auf der Spiegel-Bestsellerliste jetzt schon gelandet. Und ich hoffe, dass es sehr, sehr viele Menschen lesen. Eltern, Lehrkräfte, Pädagogen, Sozialarbeiter und vielleicht auch Schülerinnen und Schüler. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr so lange ausgehalten habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem ganzen Like gebt. Das sogar teilt und ich hoffe, ich habe mich nicht zu doll aufgeregt. Ihr unfassbar intelligenten Internetmenschen. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Euer Netzlehrer. Eigentlich wollte ich die Welt sehen. Du bist das Kind. Ich bin jautscht. Untertitelung des ZDF, 2020